Musik 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 Das ist doch jetzt vom Schledig, weil wir jetzt vom Schledig sein ein paar Stunden später uns verabschied haben das ist so, so sieht es meine letzte, die vorbereiteten zu sein zum letzten examen in der Parken mit dem Computer вокруг mich in основnäglich alles verabschieden heute Abend, und morgen Abend sie spielen, sie spielen sie sind so, ich bin bereit aber ich muss sagen, dass es Aber es ist auch ein bisschen besser, als ich in der Bibliothek habe, von der ich, ehrlich gesagt, schon so gut bin. Das ist wirklich gut, so ich empfehle mich. Ich gehe auf die Straße, wenn ich nicht eins bin. Es gibt weniger Stress, dass du ein wenigstens fühlst. Hier gibt es so viele Zucke, und hier ist eine Tatsache auf dem Flugzeug. Das ist so schön. Ich habe es in London mit dem тепlen, nicht zu sagen. Ich habe jetzt verstanden, dass ich, glaube ich, nicht in welchem Zeit in meiner Leben habe ich nicht gegessen und nicht brachte so viel Essen, nicht zu kaufen, wie für eine Woche diese Sessie in London war. Die Sessie war viel mehr, viel mehr Zeit, mehr Zeit, mehr als ich dachte. Und wenn ich nicht bereit habe, dass ich 3-4 Tage vorgelegt habe, dann habe ich alles, was bleibt, Ich habe etwas vorbereitet, weil ich so viel Zeit habe, weil ich so viel Zeit, sehr viel zu spätig bin, dass ich noch nicht fühle. Ich habe noch nicht viel Hunger, wenn ich nicht bereit bin, ich meine, die ganze Zeit zu machen, und so weiter. Ich habe einfach gekauft. Ich habe schon in meinem Haus schon alles versucht. Es ist natürlich sehr gut. 14 Euro. Das heißt, es zu diesem neuen Konstrukte, das heißt GRIT, das auch zu verabschieden ist. Ihr wisst, dass ich bald in den Wiener Universität geheirat habe, arbeite da wie исследователь. Und ich habe ein grant von meiner Universität bekommen. Ich erzähle über das Thema in diesem Blog. Und dieser Prozess von получения einem grant hat, natürlich, sehr lange. Es ist ein bisschen viel Zeit, wenn ich das Gefühl habe, was ich meine Motivationen, bekannte, die ich meine Begräume, warum es wichtig ist, warum es wichtig ist, warum es wichtig ist, und so weiter. Und so, ich habe heute umgebrachte auf eine Objektivation von der Universität, die über die Frage fragt, dass es genau das so ist, um die Überzeugung des Projektes, wie es wichtig ist. Aber es gibt, dass es mir auf der Bremseite auf die grünen Seite alle Risiken in der anderen Ländern gibt, wie ich diese Risiken habe, wenn ich diese Risiken habe, Es ist so sehr bürokratisch. Ich habe, wie ich jetzt schon erwähnt, dass ich so vieles zu tun habe. Ich mache das einfach so vieles, wie ich das jetzt für mich mache. Ich mache das einfach für mich, schaue, 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 schaue. Ich stelle, was du zu machen, was man sich dann noch zu machen. Wenn ich dann so dann schauen, dann ist es vieles zu machen, und es ist nicht so etwas zu tun, dass du etwas gemacht hast. Denn du hast du eine solche Dinge gemacht. Es ist ein nicht so gut, dass du etwas gemacht hast. und dann sehen sie, um das zu viel zu tun, um das zu wissen, wie viel du wirklich verspricht hast. Und jetzt wird ich ein Telefon mit der Koordinatorin des Projekten, die mit der Reise verabschieden sind. Und sie werden mich instructieren, wie sich die Reise verabschieden. Ich weiß nicht, was da wird. Es wird aus der Turing-Scheme kommen, wie man sieht, auf der Unternehmung der Reise verabschieden. Ich werde in der Studie teilnehmen. Das wird unglaublich. Okay, Leute, ich gehe auf mein letzte Examen. Ich denke, das ist ein Examen, vor dem ich eher nervös bin, weil er ist. Also, wenn ich nichts sagen muss, dann wird es eine Tupere Situation. Es ist eine Tupere Situation, wenn man einfach nur aufbauen lässt, wenn man muss. Ich bin vorbereitet, nicht zu viel. Ich konnte viel besser vorbereiten, aber auch noch besser. Aber ich möchte, dass ich alles mache, wie möglich. Ich versuche, dass ich alles zu machen, wie möglich. Ich habe sehr vieles in der Welt passiert. Es muss man sich in der Zeit, es muss man sich aufbauen. Es muss man sich aufbauen, es muss man sich aufbauen. Es muss man sich aufbauen. Natürlich gibt es eine Tupere Situation. Es muss man sich aufbauen. Warum nicht mehr aufbauen? Warum nicht mehr aufbauen? Warum nicht mehr aufbauen? Es muss man sich aufbauen. Es muss aber auch schon sein. Ich denke, dass wenn ich nicht aufbauen werde, ich würde würde aber sehr gerne ihn überbauen. Weil ich sollte wieder aufbauen, weil es anders immer wieder aufbauen. Es ist sehr interessant. Ich werde natürlich nicht alles aufbauen. Und es wird aber auch noch gut gut. Es ist es noch nicht mehr so. Aber wie es war es auch noch mehr. Ich bin bereit. Leute... Das war mein bester Examen. Ich bin in schocken. Das war meine höchste Examen. Ich habe noch keine höchste Examen. Was? Ich dachte, es war mein bester Examen. Ich bin einfach in schocken. Ich habe einfach nichts Wort. Ich bin auf 20 Minuten. Alle autobusen einfach stehen. Ich habe, glaube ich, niemals in das Zeit in der Universität. Ich bin in 4.00 Uhr. Ich habe nicht gedacht, dass es so stark ist. Die Autobusen einfach stehen und nicht fahren. Ich bin aus dem Autobus. Ich bin auf 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 dem Autobus. Wir müssen uns auf 25 Fragen vorbereiten. Unsere Fragen waren. Unsere Fragen waren. Wir müssen über 5-6 Minuten reden. Wir müssen über alle Fragen. Ich bin auf dem Autobus. Ich bin auf dem Autobus. Ich habe, glaube ich, 4 Minuten betrachtet. Ich bin auf dem Aufmerksamkeit. Ich bin auf dem Autobus. Ich habe nicht geschafft. Ich habe nicht zuvor, dass mir nicht die Fragen kommen, auf die ich schlecht konnte. Und die Leute, mir nicht alle Fragen kommen, auf die ich konnte. Ich habe sehr gut auf die Fragen gespricht. Und ich habe noch nie so stark. Ich bin einfach in shock. Ich bin auf dem Ausmerksamkeit. Ich kann nicht glauben, dass ich es verdient. Dass ich es geschafft habe. Dass ich es nur eine Dissertation und die Arbeit. Es war einfach. Es war nicht. Es war nicht ein Jahr. Es war nicht so viel examen. Es war so viel Arbeit. Es war sehr vieles. Es gibt viele Videos. Es sind manchmal, Freunde, Freunde, die Mitglieder. Es sind manchmal, wie du wirst. Ich weiß nicht, wie du wirst. Und wenn ich so vieles zu wissen, immer so vieles zu wissen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht genug ist. Weil du viel machst. Du machst es in verschiedenen Bereichen. Und das Gefühl, dass etwas immer schmerzt wird. Es gab nur irgendwelche Erwartungen, Sorgen. Es gab, wie gut ich etwas gemacht habe. Es gab, wie gut ich das gemacht habe. Es gab, wie viel Zeit. Es gibt so vieles zu tun. Es gibt so vieles zu tun. Ich habe sehr viele Telegram-Kanalyse gemacht. Es gab mir so viele gute Worten. Es gab so viele gute Worten. Es gab so viele Worten. Es gab so vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte meine Kolleginnen und Haute danken. Es gab so viele Geneßnahmen. Es gab so viele Emotionen. Es gab so viele Emotionen. впервые в лондоне на самокате кто помнит париже это был мой любимый транспорт а здесь еще ни разу конечно вся моя учеба в великобритании происходит на английском языке на английском не очень комфортно писать общаться и в целом конечно за этот год магистратуры я очень сильно его подтянула изучение языка это очень длительный процесс даже когда кажется что вы уже все знаете на самом деле оказывается что еще прости расти сегодня конечно же не обязательно переезжать в англоговорящую страну для того чтобы совершенствовать свой английский язык это можно делать в онлайне и сегодня я хочу порекомендовать вам онлайн школа английского языка ингликс процессе упражнения вы будете не только делать упражнения и заучивать новые слова но и также развивать свои разговорные навыки это действительно очень важно потому что именно общение помогает вам стать более свободным на английском языке и использовать его в реальных ситуациях в школе ингликс студенты получают возможность обучаться под руководством опытных преподавателей которые знают как создать благоприятную атмосферу для изучения языка и достичь желаемых результатов а учебный процесс в школе максимально комфортный вы можете сами составлять свое расписание и выбирать учителей у школы есть своя платформа для занятий а также свое приложение в котором ученики могут выполнять домашние задания у моих зрителей есть возможность пройти первый урок бесплатно познакомиться с преподавателем и построить персональный план обучения более того для моих зрителей есть специальный промокод по которому вы можете получить 40 процентов скидку при первой оплате занятий с русскоязычным преподавателем переходите по ссылке в описании регистрируйтесь и учите английский язык просто скажите мне пожалуйста я одна так делаю я не знаю то лондон на меня так влияет или что периодически я иду по улице и мне хочется самой себе что-то вслух рассказать ну например я сейчас читала сложную статью и хотела ее вслух проговорить для того чтобы повторить и запомнить ну я что делаю я одеваю наушники делаю вид что я говорю по телефону и сама с собой разговариваю я заметила что я последнее время довольно часто так делаю просто одеваю наушники и сама с собой разговариваю что-то рассказываю в общем я не знаю это перегрузка мозга из учебы или что это но это только в лондоне делают так много людей что никто на это даже не обрежает внимание я сегодня впервые зашла в торговый центр который сделали в батарсе power station это было power station как это три очень классно сделали мне конечно безумно нравится когда в старые здания интегрируют какие-то новые архитектурные задумки выглядит очень здорово вот смотрите то есть здесь все магазины 1 башня вот соответственно вот там вот вдалеке и здесь магазины также есть левое крыло я рада что я пришла сюда сейчас спустя сколько это место мне кажется открылась уже месяца четыре назад если бы я пришла наверное раньше тут все было в толпе еще мне нравится классно такой индустриальный индустриальный стиль а вот тут кстати есть миниатюра ну как миниатюра на самом деле довольно большая миниатюра этой электростанции можно посмотреть как она выглядит потому что по предыдущему видео не понять масштабы мы с вами вот сейчас примерно вот в этой башне где собственно находятся все магазины как торговый центр но если вы посмотрите то по бокам вот здесь вот это все рестораны и квартиры то есть вот стеклянная пристройка это квартира все соответственно там я думаю пентхаусы видите с частными террасами и собственно на крыше здания тоже есть парк почти уверена что он доступен только жильцам хотя надо это уточнить и вот там наверху еще есть соответственно бассейн и еще один парк по моему прикольно сделано напишите мне в комментариях если бы хотели жить вот в той квартире стеклянной и вот так башня выглядит снаружи и конечно тяжело не заметить когда вы прогуливаетесь вдоль набережной реки потому что она просто огромная ну и здесь под парки ну не то что парки но газон зеленый где можно посидеть тут какие-то концерты проходят периодически ну и жилая зона собственно с наступления тепла стала в лондоне ездить на великах сант-андер такие полу государственные велики должна сказать что здесь это очень классно все сделано в париже тоже в париже если вы снимаете велик с иностранной картой то у вас там блокируется депозит и так далее а здесь очень удобно просто в общем как-то как-то здесь мне это больше нравится сделать чем было в париже да один раз пожил в париже всю жизнь потом все с ним сравнивать и 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 когда хотела сходить в глазе перед отъездом но видимо это не произойдет это все очередь туда распаковка моих новых кроссовок от аксель прямой это я их очень давно хотел а даже не представляете как wie ich es gerne wollte. Ich habe damals sehr похожи aus The Couples. Ich habe sie zwei Jahre nachdem, bis ich sie wirklich ausgewertet habe, weil ich sie einfach ausgewertet habe. Und wenn ich diese gesehen habe, dann bin ich ein paar Jahre später, wenn ich nicht mehr habe, ich wollte und wollte und wollte, und alles war nicht in Priorität, weil ich meine neue Sprache habe. Und ich habe in dem Endeffekt, dass ich in dem Endeffekt habe, ich kann mir einen подарen. Hier in der Kompjektik ist ein Korsuch. Nein, nicht Korsuch, sondern auch Kosh-Zam. Sehr, кстати, ein Korsuch. Mir ist ein Korsuch. Und hier sind sie die Korsuch. Wie ihr gesehen, haben wir einige, die eher bäscher sind. Und die andere, die mit scherrn- und scherrn- und scherrn- und scherrn- und scherrn- Und ich sagte mir, dass sie bäscher sind, weil sie bäscher sind, weil sie bäscher sind. Und sie sind bäscher, weil sie bäscher sind. Weil sie sind bäscher, aber sie sind bäscher, aber sie sind bäscher. Und sie sind bäscher. Ich habe noch keinen Scherrn- und scherrn- und scherrn- und scherrn- und scherrn- und scherrn- und scherrn. Und dann sind sie. Es ist so schuldig, weil es so viele Übungen gibt und so viele Übungen gibt. Wir haben nicht so viel verabschiedet in der Universität. Und jetzt nicht mehr, wenn wir uns wiedersehen. Wir haben uns mit Marisiko gegeben. Wir verabschieden uns mit подарungen. Sie hat mir einen schönen Kulon aus Süd-Afrika gegeben. Sie hat gesagt, dass wir hier sind. Es ist so schuldig, dass wir nicht so viel verabschiedet haben. Aber ich hoffe, dass wir irgendwo noch ein bisschen verabschieden sind. Wir sind ein paar Stunden назад. Wir sind so schuldig, aber wir sind in der Mitte Soho. Ich bin zurück und erzähle euch, was passiert. Meine Lieblings-London ist nicht so positiv, wie ich wollte. Ich dachte, ich dachte, es sei es, oder nicht zu sein. Ich erzähle sie in Telegram, wenn sie in Instagram erzählte, aber ich habe nicht mehr Informationen in Instagram. Ich dachte, ich dachte, es sei nicht zu sein, aber ich erzähle euch, warum ich nicht zu sein. Weil oft, wenn die Leute so oft hören, dann machen sie große Verteilen, dass sie in diesem Stadt so etwas passiert. Aber in jedem Stadt so etwas passiert. Es passiert überall, 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 überall. Wir gingen mit meiner Freundin in London, in der Mitte Soho. Das ist der Mitte der Stadt, ein bisschen Hibster райon aus Syrien, wie Mare, nur in London. Und wir waren in den Kaffee, in den Bar, um ein bisschen zu essen. Es war 5-6 Uhr. Es war 5-6 Uhr, es war 5-6 Uhr. Es war 5-6 Uhr in London. Und wir gehen mit meiner Freundin in London. Wir gehen mit meiner Freundin. Wir sind normalerweise unabhängig. Wir haben keine sehr kräftige und kräftige Brände. Wir gehen zwei Mädchen. Und wir gehen auf eine Straße, wo keine Restaurants, keine Bars. Es ist einfach eine pustige Straße. Und dort sind die Leute entfernt. Es ist alles normal. Es ist der Sonne, 5-7 Uhr. Wir gehen auf der Straße, wo wir in der Stadt sehr viele Leute haben. Und wir gehen, wir sehen uns auf der Straße. Und sie hält den Telefon in der Hand. Und in einem Moment, auf uns gehen zwei Leute. Und ich sehe, dass einer meiner Meinung nach ist. Und ich sehe, dass einer meiner Meinung nach ist. Die Idee mir gezeigt hat, dass er sie auf der Hand hat. Und es war sehr strange. Und ich sehe, dass der Stunde in der Höhe. Und ich sehe, auf der Stunde drei Minuten kommen. Und ich sehe, dass er auf der Tür in die Hand tut sich bewegt. Und er will Cayetling irgendwie aus dem Handy, die vielleicht in den processors Difficht, sondern ich sehe, dass er sich in der Krippe hatte. Und ich stehe Sekunden 10. Und ich sehe, dass ich nicht kräftige, dass ich sehe. Oder ich sehe, dass sie dort machen. Aber ich sehe, dass ich einfach er grundscht gerne zum Beispiel. Aber ich sehe, dass ich berühmfreue, weil ich sehe, dass zwei Leute da sind, da sind auf der Straße, die Leute haben, die Leute haben auf der Straße. Sie müssen das einfach. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Ich bin einfach in schock. Und der zweite ist, dass auch die beiden waren. Weil ich sage, dass es nur zwei war. Und dann nur noch ein paar. Der zweite war, der war, war mir auf mich. Aber er war einfach so. Wir sind so zusammen. Und in der итоге, er hat die Telefon meiner Freundin, sie hat sie, sie падiert. Ich glaube, dass sie alles in Ordnung ist. Aber sie hat sie in schockiert. Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin einfach so. Weil sie natürlich schnell zu ihnen. Und ich bin einfach so. за ними я не знаю зачем я бежала потому что если вы их догнала чтобы я сделала чтобы я их сказала давай сюда обратно хотя знаю такие истории не рассказывали в париже когда вы так вот вырывали метро телефоны и там девочки догоняли брали за шкирку город давай сюда обратно и он спокойно отдавал и в итоге я бегу 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 что там кричу люди конечно видят что происходит что странно потому что парень удирает очень быстро я пытаюсь догнать но он Er ist viel schneller als ich bin, und ich bin schon wieder weggegangen. Und in einem Moment, die zwei Leute überlegen, ich bin bei ihnen, und ich sehe, dass einfach ein anderer Mann auf der Straße, der einfach galt, er beginnt, dass er auf seinen Vellosiped ist. Und ich habe ihm einfach gesagt, »Ani, Sie haben die Telefone! Bitte helfen! Da ist ein Mann, der weiße Mann, der weiße Mann!« Und der Mann so einfach so reagiert, und ich gehe mit diesen Vellosipeden. Alles. Es gibt keine Vellosipeden, keine Vellosipeden. Die Vellosipeden hat meine Vellosipeden. Wir stehen in der Vellosipeden. Wir sind in der Vellosipeden. Wir sind in der Vellosipeden. Wir sind und sie sagen, dass Gott sei Dank ist, dass wir hierher haben, wir haben von der Vellosipeden. Wie kann man die Vellosipeden? Какige Frau hat sie gesagt, wir haben sie gesagt, sie hat sich darum zu glauben. Aber ich habe dann gedacht, dass es so etwas passiert, dass es so vielleicht wirklich, dass es so etwas zu machen. Aber auch noch etwas ist, dass es so viel zu dir ist. Wie er die Vellosipeden? Er war in den ersten Vellosipeden. Ich war in der Vellosipeden. Ich habe jeden Tag etwas gewollt. Ich habe die Vellosipeden. Ich habe einen Ballon in der Vellosipeden. Ich habe gedacht, dass es so etwas ist, dass ich so etwas zu tun soll. Ich dachte, ich dachte, dass ich so etwas kann, dass ich so etwas kann, dass ich so etwas kann. Ich habe nicht so einen Ballon, aber ich möchte sagen, dass ich sogar noch nicht erinnere mich über diesen Ballon. Es ist überhaupt nicht so, dass ich so ein Ballon habe, dass ich so ein Ballon habe. Ich weiß nicht, dass ich so effektivisch könnte, wenn ich es mir war, wenn ich es mir war. Wir stehen, reden wir, reden wir, und über 6 Minuten zurückkehlt der Mann auf dem Fahrt mit ihr Telefon. Das ist so eine Situation. Er hat sich überrascht. Und was interessant ist, dass der Mann, der sich überrascht hat, war, dass er in der Karte ist, mit der Dlinke. Und so ist es, es war sehr leicht zu erzielen. Ich denke, dass dieser Mann, der auf dem Fahrrad fahren, der nicht erlangen würde, wenn er nicht in der Красной Maje war. Ich denke, dass in den Tag die Leute nicht gedacht haben, es war einfach, es war einfach. Es war eine Situation, es war eine Fluss, die Leute mit telefonnischen Telefonnissen in den Rücken. Es war natürlich sehr viel von seiner Seite, dass es in den Tag in der Красной Maje war. Aber so ist es. Wir alle wieder zurückgezogen. Uns вроде бы ограбили, вроде бы вернули то, что забрали Но ситуация была неприятная Мы потом сидели еще в шоке Наверное отходили от этого всего Потому что действительно Это не так, что вас, не знаю, сумки Незаметно сперли телефон Или со стола забрали Это реально было такое нападение Среди белого дня И я долго еще осмысляла эту ситуацию Думала о том, как бы лучше было поступить Как будто бы лучше наоборот все отдать В такой ситуации, правда ведь так и говорят С другой стороны, я думала, что может быть Realно, надо просто вот очень громко начать орать, когда что-то такое происходит. Моральная сей басни такова, что не ходите с телефоном в руках, а все люди именно так и делают, и я так делаю. Вы привлекаете внимание вот таких вот воришек. Желательно носите кроссбадди сумку, потому что у моей подруги не своровали сумку только потому, что она у нее была вот так вот через плечо. Он просто не смог ее с нее снять. Будьте осторожны. Во всех больших городах, во всех городах, где вы знаете, что такое происходит, я не хочу как-то клеймить Лондон. Я знаю, что очень много бороют в Барселоне, очень много бороют в Париже, вообще очень много где воруют. Я знаю, что есть странные исключения, где-то в Азии и так далее, но в целом все равно лучше быть внимательным, быть аккуратным. У меня впервые такой опыт в моей жизни. Я много подобных историй слышала, но вот впервые оказалась сама такой историей, поэтому, ребят, действительно, будьте аккуратны. Моя комната. Я прощаюсь на неопределенный срок с Лондоном, потом приеду отсюда уже так съехать просто. Уже нет времени долго прощаться, так что спасибо, ребят, за просмотр и увидимся с вами. В следующих влогах из Австрии, из Венского университета, так что спасибо вам всем за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok